Hallo, als freier Wähler begrüße ich heute ganz besonders alle Jeckennarren und Karnevalisten aus der Schwalm. Begrüßen möchte ich auch alle Mitbürger aus Schwalmstadt. Mein Name ist Markus Lappe, ich bin 47 Jahre alt, bin in Ziegenhain groß geworden und wohne seit fünf Jahren in Niedergrenzebach. Ich habe Elektroinstallateur gelernt und arbeite seit 20 Jahren in Hefata in der Akademie für Soziale Berufe. In meiner Freizeit beschäftige ich mich hauptsächlich mit Sport, 20 Jahre aktiv in der Handballabteilung des Zuspo Ziegenhains, mittlerweile bei den Jedermännern vom Blau-Roten Niedergrenzebach oder 30 Jahre lang Mitglied in der Ziegenhainer Burschenschaft, teilweise als erster Vorsitzender oder als einfaches Mitglied, ist es mir natürlich wichtig, die Tradition in Schwalmstadt aufrecht zu erhalten. Zu guter Letzt bin ich Mitglied des Ziegenhainer Karnevalsverein und das tut mir dieses Jahr besonders weh, dass das Ganze auch wieder nicht stattfinden kann, aber ich hoffe, dass wir die Kampagne 2022 wieder ordentlich durchführen können. Wie Sie sehen, ich bin gut vernetzt. Ich weiß, wo der Schuh drückt. Es muss sich endlich etwas ändern. Unser Ziel ist, die stärkste Fraktion zu werden. Um das zu erreichen, geben Sie uns den Freien Wählern Ihre Stimme und mir natürlich drei. Ja ein schlenker, das ist es das Hauptverbundliche Kraft. Und zwar habe ich wirklich davon geschrieben. ... Verschwvrena mal bei der droit ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.